Begleiten Sie Prof. Dr. Thilo Stadelmann auf einer inspirierenden Reise in die Welt der künstlichen Intelligenz und digitalen Transformation. Thilo Stadelmann ist Professor für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Er leitet das Center for Artificial Intelligence an der C.J. Wau School of Engineering und ist Mitgründer von Alpine AI. In seinen Vorträgen beleuchtet er Themen wie generative KI, die Definition von künstlicher Intelligenz und die Zukunft dieser aufstrebenden Technologien. Er vermittelt nicht nur Wissen, sondern auch Einblicke in die Chancen und Ängste, die mit KI einhergehen. Thilo Stadelmann geht über das Technische hinaus und zeigt, wie Daten in Gold verwandelt werden können. Dabei hat er ein Ziel, Verständnis für künstliche Intelligenz schaffen und unbegründete Ängste abbauen. Prof. Dr. Thilo Stadelmann baut Brücken zwischen Forschung und Praxis und zeigt, wie KI unsere Welt gestaltet. Fragen Sie ihn ganz einfach bei Premium Speakers für Ihre nächste Veranstaltung an.